Uff, harte, harte Story. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Grace hatte den Drachen verfolgt und war jetzt sehr weit von ihrer Heimat entfernt. Müssen wir hier? Vorhin hat es nochmal geklappt zurücklaufen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Vor ihr breitete sich die Wüste aus. Dünen wogten wie ein goldenes Meer. Zeitlos und verwirrend. Ein Leuchten im Sand. Ich bringe dich wieder sicher nach Hause, meine kleine Freundin. Oh, okay, 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 okay. Mehr Glühwürmchen also. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen. 20 Stunden. Noch ein Glühwürmchen, weil ein klauendes... Bei den klauendes Drachen. Okay. Alles ist gut, mein Kleines. Jetzt bist du in Sicherheit. Woher kommt dieser plötzliche Wind? Fühlte sich sehr unnatürlich an. Huii! Wuhu! Okay. Das ist wie bei uns zu Hause. So ein bisschen Wind kann mich nicht aufhalten. Okay, wir müssen gegenhalten, sonst fliegt sie weg. Ich verstehe. Kann mein Mund, was? Halte durch, Glühwürmchen. Halte durch! Wuhu! Oh! Drei von zwanzig. Okay. Zwanzig Glühwürmchen. Puh, er hat aufgehört. Da unten ist jemand. Hey, du! Haha. Dieser Ort ist heilig. Hörst du? Heilig! Du siehst absolut nicht heilig aus. Verursachst du also den Wind. Das hat viel Spaß gemacht, aber... Hast du einen Drachen vorbei, wie wir ihn sehen? Hau ab! Und bleib mir vom Leib! Aber der Wille... Von Grace war nicht so einfach zu brechen. Boah, wie leicht das ging. Hey! Hey, komm zurück! Boah, ich liebe sie. Sie ist so frech. Das ist ja schön. Hey, komm zurück! Ich brauche wirklich deine Hilfe. Hau ab! Ähm, okay. Vielleicht... Okay. Nee. Ähm... Okay, Sekunde. Was? Ah! Ah! Perfekt. Überraschung! Ah! Also, ehrlich. Für wen hält sich der große Windbeutel eigentlich? Cool! Juhu! Schau! Wer immer du sein magst, Hau ab! Ich kann nicht. Ich muss... Hau ab! Huh! Okay, die müssen wir wieder brechen. Okay. Okay. Und Tschüss. Oh! Das wird dem alten Grießkram eine Lehre sein. Die gähnende Höhle erstreckte sich bis tief in die Erde. Hier war ein wundersamer Leben zu Hause. Leicht eingeschüchtert. Oh, okay. Kann ich mich jetzt an die Pflanze ranschleicht? Nee, okay. Funktioniert nicht. Dieser Ort ist riesig. Das ist riesig. Oh! 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 Oh!